Willkommen zu einer neuen Session, ich muss glaube ich das Mikro irgendwie in Zukunft noch ein bisschen anders entbatschen, gefällt mir nicht so ganz. Jo, wir sind jetzt hier in der City. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal die Munitionsa... Ah, klar. Gut, dafür haben wir keine Ahnung, das ist ja wieder ein Traum, ein Träumchen. Die Türen sehen so aus, die blinken so, als ob wir da lang müssen. Die Taschenlampe in dem Game wäre auch ganz nice. Die Taschenlampe Die Taschenlampe in dem Game Da sind... Eine Tür ist wieder zum Aufbrechen, die andere benötigt wieder Strom. Okay, wir sind jetzt... Eine Art Kaufhaus würde ich fast vermuten, oder? Okay, hier dürfen wir noch nicht durch. Sammelkarte Schleimm-Mutant. Ich vermute fast... Gerade weil es hier auch noch so schleimig ist, dass die gar gleich wieder attackieren werden. Kann mich hier nicht verstecken. Die Frage ist, wenn ich hier oben stehe, können die mich... Rutsche ich hier runter? Nö. Können die mich hier kriegen, oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Obwohl, wenn ich hier so easy peasy hoch springen kann, wird das da auch klappen. Ähm, bauen wir erstmal so ein Ding. Ach, jetzt hab ich wieder... Oh, weil ich abbruch gedrückt hab... Dreck. Kunst und Handwerk. Wahrscheinlich, weil wir zehn Dinge hergestellt haben. Das lockt also keinen Gegner an. Ich glaub, ich werd noch mal so einen Wachroboter bauen, wisst ihr das? Der war ganz oben, ne? Nö, nur noch drei möglich. Oh, zwei hatten wir jetzt noch? Oder haben wir jetzt noch? Einen hatten wir schon gebaut letztes Mal, ne? Pinkies! Ich hab doch eben so ein Vieh gehört. Ähm, Pinkies, Pinkies, Pinkies? Ne, ne, das wollte ich dann auch scheiße. Äh, wo sind sie denn? Sehr seiten Süßigkeiten, bekannt für ihre enorme Haltbarkeit und berüchtigt für ihren astronomischen Zuckeranteil. Wahrscheinlich Twinkies, wa? Ja. 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 Na dann... Ähm. So. Hä? Ja. Ja. Ähm. zumal ganz ehrlich so von der logik her man kann ich nicht durchklettert muss ich damit ein auto durch oder wird ich warte noch bis die flammen weg sind nicht etwa hier schaden kriegen rage 2 doom 5 ich kann keine muni mehr aufnehmen ok leck mich doch im arsch also gegen die normalen standard gegner jetzt ja 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 komme danke kleiner freund Okay, der latscht immer mit. Das finde ich nice. Also dann werde ich mich in Zukunft auf jeden Fall mit Bauteilen dafür eindecken und dann immer so ein Vieh mitnehmen. Laserschranken. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig jetzt, oder? Alles verlassen und dann sind die Laserschranken. Mensch, mach auf Platz hier. Ich vermute mal, ich könnte den einfach wieder aufnehmen, oder? Komm, gut, 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 gut. Jetzt kommt er da nicht durch. Willst du mich verarschen? Du bist doch eben da auch durchgegangen. Nee, oder? Genau. Nein. 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 Jetzt ist er da halb durch, weißt du, aber... Oh. Das Spiel hasst mich. Nein. Nein. Was ist das? leck mich am arsch ich sollte wo man diese starke zu benutzen habe ich schon doch ach so das ist die normale okay bevor ich jetzt irgendwo unter latschen du bist nicht zufällig jetzt an der rand gekommen du bleibst natürlich da hinten stehen damit sich nie wieder einsammeln kann leck mich am arsch ich glaube von der seite sind vergate kommt nach von irgendwie da sieht man denn hätte ich irgendwie durch die laserschranken durch gekonnt oder so weil es sieht ja nicht so aus dass wir jetzt irgendwie zurückgehen ach guck mal links unten ist ja auch noch eine jetzt ist das viel weg okay also bleibt das nicht ewig da schade irgendwann ist die energie schämmer oder 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 Aber was soll das denn sein, was so eklig schleimig und so ist und Mutanten auch in so eine Viecher umwandelt? Dann guck mal da unten gehen wir wieder rein, ich gucke mich noch mal kurz um, ich dachte hier irgendwo noch eine Sommerkarte liegt aber sieht nicht so aus. Okay hier haben scheinbar noch. War nicht allzu langer Zeit Leute gelebt, wie ich behaupten. Was? 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 und nun ist er kaputt erlebt mich doch ich dachte ist er wieder im inventar das war ein teurer lernprozess ich will auf jeden fall immer einen bei mir haben dafür ich mir irgendwie vielleicht viel sicherer ich frage mich ob die ghosts hier waren weil wegen die ganzen schädel die aufgemacht sind okay sind wird ist das das ist das krankenhaus mit schraube ja na gut hier gibt es in der nächsten folge weiter spitze bedanke mich bis denn